Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, ein neuer Wartensfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Der Radiosender Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk hat eine Meldung zum Thema Autismusinstitut gerotzt und weil ich mit dir nicht alleine tun kann, ziehe ich euch hier mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also einen Link zu uns für den Kanal, falls ihr erst gesperrt wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch noch rauskommt, und wenn ihr das gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus-Einbrücken-Kanal, als auch den Link zu einem David-Art-Kanal für Spiele-Comics-Seinhaber geben könnt, als auch den Link zu einem Fan-Fiction-Kanal. Und diese Meldung trägt die Titel Autismus-Spektrum-Störung oder Was brauchen Menschen mit Autismus? Oder wie es richtig heißen sollte Autismus-Spektrum oder Was brauchen Menschen im Autismus-Spektrum? Fangen wir nicht lang drum herum? Los geht's! Sozial unbeholfen treten sie in jedes Fettnäpfchen, sind dafür aber brillant in Mathe oder in Biologie. So werden Menschen mit Autismus in den Medien meist dargestellt, wie Sam Gardner in der Netflix-Serie A Typical oder Raymond Mabbit im Film Rain Man. Fängt schon wieder schlecht an, muss ich sagen. Wir sind in der Schule auch in anderen Fächern gut und in jedes Fettnäpfchen zu treten. Meine Güte, ihr stellt uns als dieser komische Anime-Charaktere, die sowieso vom Pech verfolgt sind. Die treten in jedes Fettnäpfchen. Nicht wir! Und außerdem kommt nicht mit Serien wie A Typical oder Rain Man bei uns an. Vor allem Rain Man ist da wieder so klischeehaft, diesen Film sollte man im Autistic Empire schon längst verbieten. Weil das sowieso Es heißt ja, ich soll meine Energie nicht verschwenden. Tue ich auch nicht. Und außerdem soll der Satz so lauten, So werden Menschen im Autismus-Spektrum in den Medien meist dargestellt, wie Sam Gardner in der Netflix-Serie A Typical oder Raymond Mabbit im Film Rain Man. Weiter geht's. Doch diese Eigenschaften sind nur ein kleiner Teil des großen Autismus-Spektrums. Ach, jetzt sagt ihr es richtig. Naja, aber nur fast. Weiter geht's. Autismus ist eine tiefergreifende neuronale Entwicklungsstörung. Falsch. Es heißt, Autismus ist eine tiefergreifende neuronale Besonderheit. Weiter geht's. Betroffene sind anhaltend in der sozialen Interaktion und der Kommunikation beeinträchtigt. Falsch. Betroffene haben eine besondere soziale Interaktion und Kommunikation. Weiter geht's. Außerdem zeigen sie Stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen. Falsch. Es soll richtig heißen. Außerdem zeigen sie Stereotype Verhaltensmuster und Spezialinteressen. Die Störung manifestiert sich meist früh in der Kindheit und hält bis ans Erwachsenenalter an. Jetzt habt ihr mich wieder liegen, ne? Autismus ist keine Störung. Meine Güte, kann man sich echt nicht ausdenken? Doch, wir werden sehr viele Fragen haben. Also wird das auch wieder ein längerer Artikel. Aber ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, Leute. Deswegen fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie äußert sich Autismus? Und die Fragen werden dann von der Expertin, also der Privatdozentin Dr. Ellen Greimel, der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin an der Klinik und Polyklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der LMU München beantwortet. Also nochmal. Wie äußert sich Autismus? Ihre Antwort dazu? Eine Autismus-Spektrum-Störung zeigt sich in den folgenden Teilbereichen, wobei die Auffälligkeiten je nach Unterform variieren können. Störung Unterform Ja, warum schreibt ihr nicht gleich? Ich sage das Wort mit Unterlieber nicht, sonst wird mein Kanal sofort dicht gemacht. Das glaubt kein Mensch. Weiter geht's, Soziale Interaktion Menschen im Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und nachzuempfinden und auch die eigenen Gefühle einzuordnen und zu zeigen. Ganz ruhig, Martin, ganz ruhig. Lässt einfach weiter. Und das tue ich jetzt auch. Es fällt ihnen schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen und zu pflegen, zwischen den Zeilen zu lesen und Sarkasmus oder Ironie zu verstehen. Wie gesagt, Sarkasmus und Ironie, das können wir auch erlernen. Auch wie Freundschaften und Liebesbeziehungen, das können wir auch erlernen. Weiter geht's. Außerdem haben Menschen im Autismus-Spektrum Probleme, Mimik, Gestik und Blickkontakt moduliert einzusetzen, um beispielsweise ein Gespräch zu beginnen. Auch diese Dinge können wir natürlich erlernen. Weiter geht's. Visuelle und auditive Reize werden sehr stark wahrgenommen, sodass Menschen im Autismus-Spektrum oft reizüberflutet sind und mit Rückzug oder Aggression reagieren. Aggression? Meine Güte. Kann man sich nicht ausdenken. Jetzt stellt uns doch nicht als gewalttätige Menschen dar. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja unsere Meltdowns. Das ist ganz normal bei uns Autisten, dass wir hin und wieder mal einen Meltdown kriegen. Besonders durch Artikel wie diese. Weiter geht's. Kommunikation. Die Sprachentwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum ist verzögert oder bleibt ganz aus. Viele betroffene Kinder benutzen ungewöhnliche Wortneuschöpfungen für bestimmte Dinge auch weit über den Zeitraum hinaus, in dem dies bei Kindern üblich ist. Ihre Stimme klingt oft monoton. Betroffenen fällt es schwer, ein wechselseitiges Gespräch, insbesondere Smalltalk, zu führen. Klingt bei mir auch irgendwie monoton. So, und jetzt könnt ihr das Video anhalten und in den Kommentaren schreiben, ob meine Stimme monoton klingt. Und wenn ihr die Antwort fertig geschrieben habt, könnt ihr dann das Video weiterlaufen lassen und wir lesen jetzt weiter. Repetitive Verhaltensmuster eingeschränkte Interessen und Aktivitäten Eingeschränkte Interessen und Aktivitäten, das kann ich so nicht stehen lassen, aber ich bin mal gespannt, was sie darauf antwortet. Menschen im Autismus-Spektrum halten sich stark an ritualen Regeln und Strukturen. Daran haben sie große Probleme mit Veränderungen. Sie haben häufig zwanghafte Züge. Essen wird zum Beispiel nur gegessen, wenn es eine bestimmte Form oder Farbe hat. Außerdem typisch sind bestimmte Handbewegungen wie das Wedeln der Hände in Augenhöhe. Diese sogenannten Maneerismen dienen zur Stimulation oder Beruhigung. Menschen im Autismus-Spektrum haben oft sehr spezifische Interessen, denen teilweise so stark nachgegangen wird, dass sie das Leben der Betroffenen einschränken können, weil die Gedanken nur noch kaum kreisen. Neben diesen Hauptmerkmalen treten bei Betroffenen häufig eine weitere Reihe psychischer Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten auf Schlaf- und Erststörungen, Depressionen, Angststörungen und aggressives oder selbstverletztes Verhalten. Autismus ist keine psychische Störung. Einfach darüber nachgedacht. Und eingeschränkte Interessen und Aktivitäten lassen sich so nicht stehen. Denn wir haben ja auch viele Hobbys und die können wir auch erweitern, wenn wir es wollen. Gleiches gilt auch für Aktivitäten. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Welche Arten von Autismus gibt es? Und die Antwort dazu? In Deutschland wird bislang noch zwischen den drei Formen frühkindlicher und atypischer Autismus sowie Asperger Syndrom unterschieden. Mittlerweile wissen wir, dass es nur Autismus Spektrum heißt, aber wir bleiben bei der Vergangenheits Form. Beim frühkindlichen Autismus, der vor dem 36. Lebensmonat auftritt, sind alle Hauptsymptome des Autismus vorhanden. Hauptsymptome? Autismus ist keine Krankheit. Weiter geht's. Der atypische Autismus zeigt sich erst nach dem dritten Lebensjahr oder erfüllt nicht alle Diagnose Kriterien des frühkindlichen Autismus. Ja. Das hätte ich auch beim Diagnose Gespräch auch bekommen können, aber das ist nur am Rande. Aber jetzt kommt's. Beim Asperger Syndrom sind die sprachliche und kognitive Entwicklung nicht beeinträchtigt. Also habe ich doch zu Recht diese Diagnose bekommen. Aber jetzt weiß ich, dass es nur noch Autismus Spektrum heißt und da gibt es nichts dran zu rütteln. Egal ob es vom Bayern Zweig kommt oder nicht. Aber gut. Genug davon. Was steht da noch? Experten gehen immer mehr dazu über, wie beispielsweise in den USA üblich, von einer Autismus Spektrum zu sprechen. Das Störung habe ich bewusst weggelassen. Ihr wisst es, Leute. Autismus ist keine Störung. Weiter geht's. Der Grund, die einzelnen Diagnosen lassen sich nicht immer genau voneinander abgrenzen. Die Grenzen sind oft fließend. Grenzen. Was wissen die schon von Grenzen? Weiter geht's. Forscher gehen heute eher von einem Spektrum an milden bis sehr schweren Erscheinungsformen der gleichen Entwicklungsstörung aus. Erscheinungsformen mild bis schwer beziehungsweise sehr schwer Ich forme euch von Bayern 2 gleich in Beefy Ranger und die verschenke ich an die gesamte Autisten Community die nicht vegetarisch essen und zwar gratis und hört endlich mit der Entwicklungsstörung auf dann kriege ich neutrale Stimmung Weiter geht's mit der nächsten Frage Was sind die ersten Anzeichen von Autismus? Ihre Antwort dazu? Erste Anzeichen von Autismus treten ab dem 12. bis 18. Lebensmonat auf Das Kind brappelt nicht Es nimmt keinen Blickkontakt auf Verwendet keine Zeigegesten und reagiert kaum auf den eigenen Namen Es interessiert sich mehr für Gegenstände als für Personen Übergänge fallen ihm in weiteren Entwicklungsverlauf besonders schwer Ein klassischer Fall die Eingewöhnung in die Kita Das Kind nimmt keinen Kontakt zu den anderen Kindern auf zieht sich in eine Ecke zurück hält sich die Ohren zu ist geräuscheempfindlich Das sind natürlich die Kinder im Autismus Spektrum plötzlich mit einem Umfeld komfortiert da es aus dem Blickwinkel der Kinder sehr unstrukturiert ist Diese Veränderung fällt ihnen sehr schwer Kinder im Autismus Spektrum spielen auch anders als Gleichaltrige Das Nachabende oder So tun als Ob Spiel fällt diesen Kindern schwer Mit Spielzeug gehen sie anders um Die Kinder nehmen ein Auto in die Hand aber stellen sich nicht vor dass das Auto zum Beispiel eine Straße entlang fährt sondern sie nehmen das Auto und drehen lang an dem Rad und hören vielleicht dem Geräusch zu aber es entsteht nicht dieses Symbolspiel wie man das von einem gesunden Kind eben kennt kommt nicht mit gesund an Autismus ist keine Krankheit das müssen selbst Experten doch begriffen haben und das im Jahr 2023 kann man sich nicht ausdenken meine Güte in welchem Jahr leben wir eigentlich ich hab's schon gesagt Leute 2023 und wenn ihr das Video erst Jahre später anguckt dann halt diese ja in der wir in der Zeit leben ne naja nächste Frage Welche Ursachen hat Autismus Autismus ist überwiegend genetisch bedingt das beweisen Zwilling Studien bei einigen Zwillingen haben in der Regel beide Geschwister Autismus anders als bei den zwei eigenen man geht davon aus dass bei den meisten Fällen eine Vielzahl von Genen involviert sind es handelt sich um eine hochkomplexe Ursachenlage mit vielmöglichen Kommunikation genetischer Abweichungen damit erklären Forscher die große Bandbreite an Ausprägung des Autismus Spektrums eine wesentlich kleinere Rolle spielen andere Faktoren wie ein niedriges Geburtsgewicht Frühgeburtlichkeit und Sauerstoffmangel während der Geburt Niedriges Geburtsgewicht auch nicht höheres Geburtsgewicht also sagen wir mal 4 Kilo aufwärts und dass bei Zwillingen auch niedriges Geburtsgewicht ist hin und wieder meine Güte ähm das ist äh bei Mehrlings Schwangerschaften doch ganz normal dass äh die Kinder früher geboren werden wenn bei einer Mehrlings Schwangerschaft 39 beziehungsweise 40 Schwangerschaftswochen hätte was meint ihr wohl wie groß der Bauch der Mutter ist so ähnlich wie bei Nadja Sulman ich weiß nicht ob ihr die noch kennt das ist die Frau mit den Achtlingen oder Achtlings Butter naja weiter geht's das sind unspezifische Faktoren das heißt die finden sie auch bei vielen anderen psychischen Störungen Fun Fact Autismus ist keine Störung auch keine psychische weiter geht's man nimmt man wobei hier noch viel Forschung erforderlich ist dass die diese Faktoren auch ein Wechselspiel mit den Genen aufweisen so Dr. Ellen Greimel auch eine Rötelinfektion der Mutter während der Schwangerschaft kann ein Risikofaktor sein zahlreiche andere mögliche Faktoren zum Beispiel das Alter der Eltern oder der Einfluss von Umweltgiften werden ebenfalls als Risikofaktoren diskutiert und ihr von Bayern 2 habt Risikofakotränen geschrieben Und wir können mal gucken ob das Wort auch gibt Ich habe zu Not in meinem Wörterbuch dabei Und Risikofaktoren ist richtig Nicht Risikofakotränen könnte ein Medikament sein aber ist aber falsch Wie wird Autismus im Kinderalter diagnostiziert Ihre Antwort dazu Autismus sollte in spezialisierten Zentren diagnostiziert werden Stichwort Autismuszentrum Weiter geht's Am Anfang steht der detaillierte Bericht der Eltern über die Entwicklungsgeschichte des Kindes Wie war die sprachliche Entwicklung Tritt es mit anderen Kindern in Kontakt Reagiert es wenn die Eltern den Namen rufen Dazu kommt die Verhaltensbeobachtung je nach Alter des Kindes werden bestimmte Spiele und Gesprächssituation kreiert Beispielsweise fange ich ein Gespräch an Jetzt haben wir zwei schon so viele Aufgaben bearbeitet Ich habe jetzt richtig Hunger Und dann wartet man Wie reagiert das Kind darauf Gibt es etwas von sich preis Fragt es nach Kommt der Gespräch zustande Wichtig ist auch eine Intelligenz und Entwicklungsdiagnostik sowie bei sprachlichen Auffälligkeiten eine Sprachentwicklungsdiagnostik Außerdem wird das Kind internistisch und neurologisch untersucht um andere Faktoren auszuschließen Wenn das Kind zum Beispiel auf Ansprachen nicht reagiert muss eine Hörbehinderung ausgeschlossen werden Diese ganzen Puzzlesteine werden dann zusammengesetzt Wichtig ist eben dass die Diagnostik von Experten und Expertinnen durchgeführt wird die Erfahrung haben was das Störungsbild anbelangt aber auch was den gesunden Entwicklungsverlauf anbelangt um das abgrenzen zu können dann kann eine Einschätzung erfolgen ob die Diagnose vergeben wird oder nicht Oft dauert es lange bis Eltern eine Diagnose erhalten Das liegt auch daran dass eine Vielzahl anderer möglicher Diagnosen und Vermutungen ausgeschlossen werden muss Eine Regulationsstörung kommt bei mehreren psychischen Störungen im Kindesalter vor Zwanghafte Verhandlungsweisen können auch auf eine Zwangsstörung hinweisen Ein Kind das Krankenkontakt zu anderen Kindern aufnimmt gilt vielleicht zunächst als besonders schüchtern und ich würde es auch bei besonders schüchtern auch belassen denn Autismus ist weder eine Störung noch eine Zwangsstörung und jetzt kommen wir zu einer Frage zu dem nämlich Gleichstellung aber erstmal gucken wir was die Frage lautet sind Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen Ihre Antwort dazu deutlich mehr Jungen bekommen eine Autismus Diagnose auf jedes diagnostizierte Mädchen kommen vier oder fünf Jungen allerdings weisen Studien darauf hin dass Mädchen unterdiagnostiziert sind sie müssen schwerwiegendere Symptome aufweisen um eine Diagnose zu erhalten das liegt unter anderem daran dass Autismus bis vor einigen Jahren als jungen Krankheit galt Autismus ist keine Krankheit und kommt nicht mit Symptomen an meine Güte das von der Expertin ich glaube ich rege mich mal wieder ab und lese weiter auch können Mädchen bestimmte Beeinträchtigungen insbesondere der sozialen Interaktion besser kompensieren lasst mich raten es geht um Masking aber kommen wir zur nächsten Frage warum gibt es immer mehr Autismus Diagnosen Ihre Antwort dazu immer mehr Kinder bekommen Autismus Diagnose äh ihr habt eine Autismus Diagnose schreiben müssen ne weil das ist schon wieder falsches Deutsch weiter geht's bei solchen und ähnlichen Schlagzeilen könnte man meinen dass die Entwicklungsstörung in den letzten Jahren stark zugenommen hat kommt nicht mit Entwicklungsstörungen bei mir an ich bin wohl eher der Meinung dieser Artikel von Bayern 2 ist in der Entwicklung gestört sonst würden sie zum Beispiel nicht Risikofakotren schreiben das Wort gibt es gar nicht vielleicht irgendwann mal als Medikament für was keine Ahnung weiter geht's früher ist man davon ausgegangen dass eine Störung aus dem autistischen Spektrum bei ungefähr 4 bis 5 von 10.000 Menschen auftritt also 0,04 bis 0,05% der Bevölkerung Anmerkung der Redaktion inzwischen sind diese Schätzungen was die Häufigkeit anbelangt aber verändert man sagt 1% der Bevölkerung ist betroffen wobei es auch konservative Schätzungen gibt ja und eine bestimmte Schätzung zur Folge sollte es 2,8 mittlerweile sein denn 2,8% ist jetzt die aktuelle Autismusquote so einfach ist das nächster Abschnitt Ellen Greimel geht davon aus dass es sich hierbei nicht um eine wirkliche Zunahme der Fälle handelt sondern allein eine Zunahme der Diagnosen eine starke Darstellung von Menschen im Autismuspektrum in den Medien hat dazu beigetragen dass die Entwicklungsstörung in der Gesellschaft präsenter ist schreibt doch statt Entwicklungsstörung doch lieber Besonderheit hin meine Güte weiter geht's komm außerdem habe sich laut Ellen Greimel die Diagnostik verbessert und heutzutage werden anders als früher auch leichte Formen des Autismus diagnostiziert leichte Formen ich forme euch gleich in Beefy Ranger wenn ihr nicht sofort mit Worten wie Formen aufhört meine Güte kann man sich nicht ausdenken wir haben noch 6 Fragen das wird lang Leute wie wird Autismus behandelt ihre Antwort dazu Autismus ist nicht heilbar die Symptome können jedoch deutlich gemindert werden hört auf mit dem Symptom Autismus ist keine Krankheit weiter geht's Betroffene können lernen mit ihren Beeinträchtigungen umzugehen bei Kindern wird das gesamte Umfeld wie Eltern Geschwister Lehrer und so weiter in die Behandlung mit einbezogen vorangeheiz Ziel der Therapie ist es dem Kind Fähigkeiten zu vermitteln um ein möglichst selbstständiges Leben zu führen und eine größtmögliche Teilhabe zu erreichen verhaltenstherapeutisch basierte Ansätze bei diesen sehr strukturten Therapieansätzen lernen Kinder sprachliche Fähigkeiten oder die Fähigkeit andere zu imitieren zu verbessern außerdem werden störende Verhaltensmuster wie aggressives Verhalten abgebaut als die Kinder sollten lernen weniger Meltdowns zu bekommen aber kann man das komplett vermeiden? Natürlich nicht weil das wird immer wieder vorkommen wenn auch nur in sehr seltenen Abständen weiter geht's in sozialen Kompetenztrainings lernen ältere Kinder und Jugendliche die wechselseitige Interaktion also zum Beispiel in Gesprächen dem Gegenüber Fragen zu stellen und auf seine Antworten einzugehen Anpassung der Umwelt Hilfreich ist auch die Umwelt für Betroffene so anzupassen dass sie sich gut darin zurechtfinden Ein solches Konzept ist TEACH also Freedment and Education of Autistic and Related Communication Hadicapped Children auf Deutsch Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder Obwohl Funfakt Autismus keine Behinderung ist Weiter geht's Dieses Konzept soll Betroffenen helfen Raum Zeit und Tätigkeiten besser zu visualisieren und dadurch zu strukturieren Der Tagesablauf beispielsweise wird als Plan visualisiert an den sie sich orientieren können Ich stehe auf danach ziehe ich mich an danach gibt es Frühstück Die Umwelt muss natürlich auf die Menschen im Autismus Spektrum zugehen und schauen wie man auch die Stärken fördern und nutzen kann Das ist auch für das Selbstbewusstsein der Betroffenen sehr wichtig Medikamente Es gibt kein Medikament das die Kernsymptomatik lindern kann Und es gibt ein bestimmtes Medikament das die Kernsymptomatik bei Fake News lindern kann Und zwar wie für Ranger zum Beispiel Weiter geht's Selbstbestimmte Begleitsymptome wie Angst Aggressivität oder Zwänge können also ein Bestandteil der Gesamtbehandlung medikamentös zum Beispiel mit Antidepressiva behandelt werden Zwänge Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor Zwänge 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 Ah ja König Thomas Schon klar Weiter geht's komm Eine Medikamentöse Therapie kann begleitend zu einer psychosozialen Behandlung sinnvoll sein Wenn die störenden Verhaltensweisen dadurch ein Stück weit reduziert sind können sich die Kinder besser auf die Behandlung einlassen Kommen wir nun zur nächsten Frage Sind Menschen im Autismus Spektrum besonders intelligent? Ihre Antwort dazu In Fernsehserien oder Filmen werden Menschen im Autismus Spektrum sehr häufig als hochintelligent dargestellt Der Film Wayman aus dem Jahr 1988 hat maßgeblich dazu beigetragen dass Autismus oft mit Hochbegabung gleichgestellt wird Ähm Inselbegabung wollt ihr wahrscheinlich sagen beziehungsweise auch als Savant-Syndrom halt bekannt weiter geht's Da Menschen im Autismus Spektrum sich sehr stark für spezifische Dinge interessieren kommt es tatsächlich vor dass Menschen von ihnen in einem bestimmten Teilbereich erstaunliche Fähigkeiten entwickeln zum Beispiel im Kopfrechnen oder in der Merkfähigkeit Diese sogenannte Inselbegabung zeigt sich laut Dr. Alan Greimel bei rund 10% der Menschen im Autismus Spektrum Allerdings könnte nur ein Teil dieser Begabung so einsetzen dass sie für die Betroffenen vor Nutzen sind Gegen der medialen Darstellung ist nur ein kleiner Teil der Menschen im Autismus Spektrum überdurchschnittlich begabt Bei Autismus kommen alle Ausprägungen der Intelligenz vor Ein Teil der Betroffenen hat unterdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten oder eine geistige Behinderung Es gibt natürlich die Menschen im Autismus Spektrum die überdurchschnittlich begabt sind Es gibt aber einfach auch viele Betroffene die schwere Beeinträchtigungen haben oder auf Selfie-Unterstützung angewiesen sind Ja Selfie-Unterstützung also auch mit Schulbegleitung und so weiter Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage Können Kinder im Autismus Spektrum eine Regelschule besuchen? Ihre Antwort dazu Grundsätzlich können Kinder und Jugendliche mit normaler Intelligenz die Regelschule besuchen Allerdings stellen die Klassengröße die vielen sozialen Situationen mit Mitschülern und Lehrern und der Lernpegel eine enorme Herausforderung dar Kinder im Autismus Spektrum haben auf Regelschulen ganz schön zu kämpfen weil die Regelschulen bestimmte Merkmale nicht aufweisen die die Kinder im Autismus Spektrum bräuchten Kinder im Autismus Spektrum profitieren von kleinen Klassen mit einem Lehrer der viel über das Krankheitsbild weiß und zusätzlicher pädagogischer Unterstützung zum Beispiel durch einen Schulbegleiter Autismus ist keine Krankheit Noch haben sie was mit Form nicht gesagt Noch haben sie es nicht gesagt weiter geht's Außerdem brauchen sie Rückzugsmöglichkeiten wenn die vielen Reize sie überfordern Und jetzt zur nächsten Frage Wie können Menschen im Autismus Spektrum in der Arbeitswelt bestehen? Ihre Antwort dazu Viele Menschen im Autismus Spektrum arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung Wie bitte? Wir im Autismus Spektrum haben überhaupt nichts in Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu suchen weil damit werden wir überhaupt nicht gefördert Und wenn wir nur eh 1,30 Euro beziehungsweise laut ähm der sogenannten Inflation höchstens 2 Euro pro Stunde kriegen Damit können wir kein eigenes Leben auf die Reihe bekommen Nicht mal ein bisschen Weiter geht's Ungefähr 90% der Menschen im Autismus Spektrum schaffen es nicht auf den ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen Tja Warum wohl? Weil wir sowieso in einer ableistischen beziehungsweise takopistischen Gesellschaft sind Und das wir generell schwer haben Und wo wir schon beim Thema Takopismus sind Der Krieg gegen die Takopisten dauert schon über einen Monat Ne? Haben wir etwa schon Tag 31 erreicht? Ich glaube ja Und deswegen lesen wir weiter Selbst mit einem guten Schulabschluss scheitern viele Betroffene weil sie Schwierigkeiten mit Teamarbeit und der zwischenmenschlichen Kommunikation haben und als wenig belastbar gelten Tätigkeiten mit viel Publikumsverkehr oder mit ständig wechselnden Aufgaben seien tatsächlich wenig geeignet sagt Adam Greimel Doch es gäbe Nischenbereiche in denen Menschen im Autismus Spektrum regelrecht aufblühen können Durch ihren Fokus auf Details sind sie beispielsweise bei der Fehlersuche besser als ihre nichtautistischen Kollegen Ein wichtiger Skill in der IT-Branche Die Münchner IT-Firma Auticon stellt daher bevorzugt Menschen im Autismus Spektrum ein Jetzt die vorletzte Frage Was brauchen Betroffene um ein erfülltes Leben zu führen? Ihre Antwort dazu Betroffene profitieren von einer frühzeitigen Diagnostik und einem frühen Therapiebeginn Die Förderung der sprachlichen und sozialen Fähigkeiten hilft ihnen ein möglichst selbstständiges Leben zu führen Dass selbst diejenigen die auf fremde Hilfe angewiesen sind lernen möglichst vieles selbstständig zu machen dass sie auch ein Kompetenzerleben haben dass sie in ihren Stärken gefördert werden Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für ihr Selbstbewusstsein Wichtig ist außerdem die Psycho-Edukation Betroffene wie Eltern Geschwister Freunde und pädagogisches Personal sollten möglichst genau über die Störung Bescheid wissen Oder besser ausgedrückt Wichtig ist außerdem die Psycho-Edukation also Betroffene wie Eltern Geschwister Freunde und pädagogisches Personal sollten möglichst genau über Autismus Bescheid wissen damit sie Verständnis für die Eigenheiten und Bedürfnisse entwickeln können Für Eltern gibt es spezielle Elterntrainings in denen sie lernen mit den Verhaltensweisen ihres Kindes umzugehen ein möglichst tolerantes Umfeld dass das Thema Autismus nicht stigmatisiert wird und das hilft Betroffenen sehr Ideal ist ein Umfeld das Menschen im Autismus Spektrum inkludiert wie reizarme Orte auch im öffentlichen Raum So haben beispielsweise einige Supermärkte in Deutschland bereits auf die Bedürfnisse von Menschen im Autismus Spektrum reagiert und eine stille Stunde eingeführt bei der sie bei gedämmtem Licht und ohne Hintergrundmusik und Lautsprecher Durchsagen einkaufen können Und nun kommen wir zur letzten Frage Was bedeutet Neurodivers Ihre Antwort dazu Zitat Positiv finde ich an dem Begriff dass die Stigmatisierung dadurch ein Stück weit zurückgeht Auf der anderen Seite muss man finde ich sehr darauf achten dass dann die Grenzen nicht verschwimmen Man sollte die Erkrankung nicht verharmlosen denn das gibt viele Betroffene diese Aufhilfen angewiesen sind Es ist wichtig dass man diesen Bedarf sieht und dem auch gerecht wird Autismus Autismus ist keine Krankheit Also ich glaube da hat jemand sehr viel zu lernen Was soll ich dazu sagen Leute Also es ist vom Anfang bis zum Ende ein wirklich alt gebackener Artikel obwohl dieser Artikel am 28. März rausgehauen wurde Die haben wirklich sehr viel zum Thema Autismus zu lernen Ihr merkt es Leute Deshalb meine Frage an euch Was haltet ihr zu diesem Artikel von Bayern 2 Schreibt es gerne in die Kommentare und meine etc. pp also nicht zu liken als zu teilen als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren damit kein weiteres wie verpasst und morgen werden wir etwas aus Bozen berichten das heißt das wird wieder auch ein genauso langes Video werden da bin ich wieder Ich bin bei c in die